Seite 99, die nennenswerten Ereignisse im Jahre 1934 In diesem Jahr durfte ich am Neujahrstag auf außergewöhnliche Weise die heilige Kommunion empfangen. Auch jetzt brachte Jesus sie mir, also schon das dritte Mal. Am ersten Freitag ebenso aber jetzt brachte Mariachka mir die heilige Kommunion und legte sie mir auf die Zunge. Als ich dies meinem Seelenführer berichtete, dass Mariachka mir die heilige Kommunion brachte, bat er mich, sie zu fragen, woher sie die heilige Hostie brachte und ob sie konsekriert wäre. Mariachka entgegnete, sie habe die konsekrierte heilige Hostie aus dem Tabernakel der Kirche. Als mein Seelenführer dem nachging, erkannte er dies tatsächlich. Als Mariachka die heilige Hostie mir auf die Zunge legte, bemerkte sie, ich solle sie auch meinem Seelenführer betrachten lassen. Er brach ein Stückchen für sich ab und legte sie mir so wieder zurück auf meine Zunge. Jesus hat dich zu seinem Werkzeug erwählt. Während der Danksagung erklärte Mariachka, für welche Meinung ich die heilige Kommunion aufopfern solle, und dabei teilte sie mir auch den Wunsch des Herrn Jesus bezüglich dessen mit, was ich tun soll. Immer öfter sagte er, Söhnen, Söhnen. Einmal ließ mein Seelenführer fragen, ob es recht sei, wenn wir nicht mit nüchternem Magen die heilige Kommunion empfangen. Es geschah nämlich, dass Mariachka mich am Nachmittag aufforderte, Bereite dich auf die heilige Kommunion vor. Mariachka erklärte, dass bei Jesus die Herzensreinheit zähle. Dadurch, dass wir häufiger die heilige Kommunion empfangen dürfen, habe Jesus seine Absicht. Dich erwählte er als Werkzeug, um seine heiligen Absichten zu verwirklichen. Er will den noch häufigeren Empfang der heiligen Kommunion verwirklicht sehen. Er wählte den Tabernakel nicht deshalb, um dort eingesperrt zu wohnen, sondern um uns Menschen noch viel näher zu sein. Irgendwann einmal wollte man nicht einmal die tägliche heilige Kommunion erlauben und verbreiten. Um wie viel mehr wird man dann diese, seine heilige Absicht, bekämpfen? Und wie schwer wird sie durchgeführt werden? Aber seine Gnade und göttliche Macht wird alles bewirken. Durch die Kraft des Heiligen Geistes und mit menschlicher Hilfe wird er seine heilige Absicht dennoch verwirklichen. Der Wunsch des Herrn Jesus sei, dass der Tabernakel nicht verschlossen bleibe, sondern geöffnet. Ja, er öffnet sich vor denen, die ein Kreuz tragen, damit sie es in Ergebung tragen können. Vor allen Leidenden, damit sie bei ihm Kraft schöpfen können. Vor allen, die sehnsuchtvoll mit ihm vereint sein und ihn in ihr Herz einschließen wollen. Der Herr Jesus sehnt sich nach Vereinigung, er dürstet nach der Wärme des Herzens und verlangt von allen nur die Reinheit des Herzens. Je einfacher das Band zwischen Himmel und Erde ist, desto wärmer werden die Herzen und desto reiner auch. Der Herr Jesus ist nicht in unerreichbarer Höhe zu finden, sondern unter uns. Er will vor allem in uns wohnen. Ich will, dass du mein ständiger Tabernakel bist, ein Band zwischen Himmel und Erde. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.